Ach so, schon wieder geaxtet. Ich wurde jetzt bestimmt schon 183 mal geaxtet. Hallo Freunde der Sonne und herzlich willkommen bei einer neuen Runde Rage Mode hier auf dem GOMMA HD Server. Auch heute bin ich wieder alleine unterwegs. Oh, hier ist ein YouTuber drin. Iliad5 oder so. Der soll mal schön drin bleiben, auch wenn ich ihn nicht kenne. Iliad5, falls ihr ihn kennt, dann schreibt es mal in die Kommentare. Von mir kriegt er gleich erstmal einen Pfeil in die Fresse. Das kann ich euch schon mal garantieren. Oh, der ist da nochmal... Oh, jetzt öffne ich eine Kiste. Jawohl, Nummer 1 ist tot. Oh, fuck, jetzt bin ich tot. Oh, ausgerechnet von dem YouTuber. Aber nice, dass hier ein YouTuber drin ist. Finde ich echt cool. Oh, ich kill 2, kill aber auch mich selbst, glaube ich. Oder hat der Gegner mich gekillt? Ne, ich hab den YouTuber gekillt. Jetzt bin ich Fame und so. Ich werde gleich erstmal gucken, wer er ist und dann erstmal einen Kommentar bei ihm lassen. Jawohl, da hinten ist wieder einer. Oh, fuck. Iliad5 oder so, merkt euch den Namen mal. Ich bin ruhig sehr verbunden. Oh, stirb doch. Er will einfach nicht sterben. Jawohl. Zwei in Folge. Fuck, da oben war der. Und von der Seite kam, glaube ich, auch einer. Stirb doch. Jawohl, er ist tot. Schon zum zweiten Mal den YouTuber geholt. Kreierkissweg. Er hat mich gehaxtet. Ausgerechnet der YouTuber. Jawohl. Ah, jetzt sind die beide tot, oder was? Das geht doch nicht. Jawohl. Oh, fuck. Ah, komm, stirb doch. Ah, dann kommt da oben einer und ich konzentriere mich auf den oben und bin tot. Das gibt's doch nicht. Oh, fuck. Von hinten. Ah, ich hole ihn auch, aber er holt mich auch. Das ist auch wieder kacke. Jawohl. Jetzt endlich mal wieder ein Kill. Der auch vernünftig war. Jawohl. Nächster Kill. Jawohl. Dreierstreak. Jawohl. Vierierstreak. Komm, da hinten. Da kommt erstmal einer. Oh, ich Idiot. Jawohl, Vierierstreak. Oder? Nö, scheinbar nicht. Hatte ich davor schon Vierier? Ich weiß es nicht. Komm, stirb doch. Stirb doch. Oh, Mann. Das gibt's doch nicht. Jawohl. Oh, der leckt sich da zu Tode. Ich sag's nur ungern. Aber der leckt sich da zu Tode. Jawohl. Jawohl. Ja, ich treff wieder nicht gut genug. Ah, komm, geh doch da an. Ah, der hüpft weg. Der hüpft weg, meine Freunde. Aber oben ist einer jetzt. Komm, zeig dich am Fenster. Ja, er kommt nicht näher. Oh, und dann stirbt er von wem anders scheinbar. Ijad 5. Den Namen muss ich mir mal merken. Jawohl. Zehnerstreak. Er stirbt nicht. Komm, wo sind die Gegner? Da ist ein Gegner. Der hüpft aber weg. Jawohl. Ah, er stirbt durch wen anders. Das hasse ich immer. Ah, ich wurde geaxtet. Das gibt es nicht. Ich bin auch gerade nicht Erster. Dieser Ijad 5 ist Erster. Oh, der war schlecht. Und der gewinnt wahrscheinlich auch, vermute ich, einfach mal. Ich werde schon wieder geaxtet. Von wo? Aha, Ijad 5 hat gewonnen, ja. Ich schreibe mir den Namen mal eben auf dem Handy auf. Moment, Moment. Ijad 5. Ich kann mich gerade nicht so genau lesen. Habe ich gerade nach Freundin per, 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 per Dings geschrieben. Per WhatsApp. Ijad 5, merkt man mal. Aber ich vermute, das war ein YouTuber, der genickt hat. Dementsprechend vielleicht, was weiß ich, ungespielt oder so. Er ist schon wieder da. Ijad 5, wie heißt dein YouTube-Kanal? Erstmal fragen. Ich werde später mal YouTube fahren. Oder jetzt? Oder später? Hm, wann werden wir YouTube fahren? Später. Jetzt startet erstmal hier die nächste Runde. Ist da hinten einer? Nein. Oh, der hat mich gesehen. Oh, ich habe zwei geholt, aber dann wurde ich geholt. Oh, den nächsten geholt. Sehr nice. Jawohl. Jawohl. Ah, den kriege ich nicht mehr, aber 3er-Sweek habe ich, glaube ich, gehabt. Er stirbt nicht. Jawohl. Schon wieder 2er. Jawohl, 3er. Ich stehe hier voll gefährlich. Aber der da oben sieht mich zum Glück nicht, sondern legt sich weg. Jawohl. Jawohl, 5er-Sweek. Läuft bei mir gerade. Jawohl, 6er. Jawohl, 7er. Jawohl, 8er. Ah, der trifft genau. Der trifft genau. Jawohl. Komm. Von der Seite. Oh, wie ich den geholt habe. Jawohl, nächster. Ach, dann kommt er von hinten. Was für Gaylords. Ah, jetzt kommt natürlich keiner und zeigt sich. War ja klar, mehr oder weniger. Von hinten. Jawohl. Wie ich den geholt habe, ne? Jawohl. Jawohl. Oh, dann gucke ich gerade zur Seite und kriege die Axt in die Fresse. Von, schon wieder geaxtet. Von wo? Ah, ich treffe nicht. Ah, und der trifft direkt wieder, meine Freunde. Komm, da unten ist dieser IYAD. Axten wir mal. Oh, dann steht auf einmal einer vor mir. Das gibt es nicht. Ich treffe halt nicht. Zack. Ah, dann werde ich geaxtet. Jawohl. Jawohl. Schön abfarmen hier. Ah, und dann kommt er wieder. Ich treffe nicht mit der Axt. Das gibt es nicht. Ich rette ihm hier sein Leben. Er sollte mal dankbarer sein. Sei doch mal dankbarer. Jawohl. Oh, dann werde ich geaxtet. Von wo? Ach, so schon wieder geaxtet. Ich wurde jetzt bestimmt schon 183 Mal geaxtet und bin deswegen nur Dritter, ey. Nur wegen diesen scheiß Axten. Ich finde ja, das gehört abgeschafft. Axten gehört abgeschafft. Ich achse ihn, er achset mich, oder was? Oh, auf die Entfernung geaxtet. Freunde, damit hat er nicht gerechnet. Da kriegt er die Axt in die Fresse. Ah, ist klar. Ach so, von hinten oder so. Was für Gaylords. Ich habe ihn nicht mal gesehen. Ist das Kämpfer hier irgendwo, oder was? Ja, da hat jemand gewonnen. GG. Oh Mann, oh Mann. Da gehen wir direkt in die nächste Runde rein. Was haben wir denn hier noch Schönes? Noch eine Runde, das zwei. Da zocken wir doch noch eine Runde, das zwei. Vielleicht joint ja dieser E-Jart auch wieder. Ich nehme auf. Immer schön Werbung machen, dass man aufnimmt. Dies, das, Ananas. Na und. Zack. Und da sind wir schon wieder in der nächsten Runde. Rage Mode hier, meine Freunde. Das geht alles zügig, zügig, zügig. Dann freu dich doch. Tu ich. Ach so, da achselt mich direkt mal. Dieser Vogel. Komm, komm raus. Jawohl. Nummer zwei. Jawohl. Nummer vier. Da kommt der nächste. Oh, ich treffe mich genug. Gut genug. Oh, Nummer fünf. Nummer fünf. Nummer fünf. Nummer fünf. Nummer sechs. Nummer sieben. Ich camp hier einfach. Und warte, dass die Gegner kommen. Nummer acht. Die ist schon eine geile Pose irgendwie. Ich hab einfach acht eins. Weil mich hier auch scheinbar keiner vermutet. Aber jetzt kommt grad keiner mehr. Das ist bisschen blöd. Muss ich mal ein bisschen auf mich aufmerksam machen. Ah, dann kommt er von der Seite. Genau dann, wenn ich nicht will, dass er kommt. Oh, einen geholt. Ah, den zweiten krieg ich auch noch. Ach, und er kriegt mich. Ist klar, Kollegen. Gehen wir erstmal wieder A lang. Ach, und der trifft mit der Axt. Ist klar. Da kommt grad natürlich keiner. Da kommt auch keiner. Da kommt nicht. Ah, ich treff nicht. Ach, und der trifft mit der Axt. Ich hasse Axt. Ich hasse nichts mehr als diese fucking Axt. Ach, und der trifft mit der Axt. Ach, ich treff wieder nicht. Ach, schon wieder geaxtet. Das gibt's doch nicht. Jetzt ficke ich die alle hart. Komm. Zack. Jetzt fang ich mal an richtig zu spielen hier, Freunde. Jetzt fang ich an richtig zu spielen. Zack. Ach, schon wieder geaxtet. Jetzt fang ich an richtig zu spielen. Kommt, fickt euch alle hart ins Knie. Ich fang jetzt an richtig zu spielen. Sind ja noch zweieinhalb Minuten, die ich hab, um mir das alles aufzuräumen. Zack. Kill Nummer zwei. Kill Nummer drei. Kill Nummer vier. Kill Nummer fünf. Kill Nummer sechs. Kill Nummer sieben. Fickt euch alle hart. Er will mich achsen. Ich seh's schon, seit er da läuft. Jawohl. Zehner Streak. Jawohl. Zack, bin ich erster. Sag ich einmal, ich spiel jetzt richtig. Zack, erster. Ach so, dann kommt da noch einer oder so. Kommt er unten oder oben? Erstmal kommt er nirgendwo. Weil der erstmal weghüpscht hier. Jawohl. Oh fuck. Er will mich achsen. Er wirft die Axt vorbei. Noob, noob, noob. Von hinten. Ach. Von beiden Seiten. Und dann bin ich irgendwann auch tot. Ich bin ja auch nur ein Mensch. Jawohl. Nummer eins tot. Jawohl. Jawohl. Da hab ich gewonnen. Da hab ich gewonnen. Da sag ich, ich mach einmal richtig. Zack. 920. GG schreiben wir auch noch. Ich verabschiede mich damit für heute. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich werde jetzt diesen YouTuber da googeln. Ich sage bis morgen. Haut herein. Ciao. END 20. END 20.